hey warte mal hier stimmte was nicht schon besser spaß beiseite leute her zu kommen zu dem heutigen daily blocker das ist der erste wirklich das ist richtig komisch ich habe zum ersten mal diese konstruktion in der hand also mit dem gorillapod der kamera und dem mikrofon leute also es kann ein bisschen wackelig sein es kann ein bisschen komisch sein ich werde mich noch auf jeden fall daran gewöhnen leute also haltet fest was wird heute passieren leute ich war gerade beim sport wie er gerade eben am anfang gesehen habt und dann war ich kurz durch und jetzt wir haben gerade 10 oder so keine ahnung und ich werde jetzt ein bisschen frühstücken und danach heute um 12 uhr bis ein uhr wenn wir dann wohin gehen leute ich habe gestern keinen spaß gemacht mit ich weiß nicht wo wir hingehen ich weiß wirklich nicht wo wir gehen weil das die überraschung von meinem bruder also bei mutter hat eine überraschung geplant und da werden wir heute hingehen das ist wohl so eine attraktion oder so ich weiß wirklich nicht was das genau ist aber leute seid auf jeden fall gespannt ich bin auf jeden fall gespannt und sagen sehen uns gleich nach dem frühstück okay leute wir sind jetzt im auto wir fahren gerade zu der überraschung von meinem bruder wir haben hier noch zwei unerwartete getter die plötzlich dazu kommen und dann werden wir mal sehen was das ist und ich hoffe ihr seid so aufgeregt wie ich und dann muss sagen sehen uns wenn wir da sind okay leute wissen jetzt hier bei einer falkenerei also ich habe gar keine was hier los ist hier sind sehr viele fragen ich weiß gar nicht ob man die hört gleich fängt auch die show an wo wir uns hier angemeldet haben shop das wird übelst geil ich bin übelst gehypt das seid ihr war schon mein bruder ich zeig euch gleich auf jeden fall auf die falken und ja ich bin auf jeden fall gespannt gleich fängt auch die show an da werdet ihr euch auf jeden fall mitnehmen so ja Das war's für heute. Okay, Leute, das war's jetzt mit der Falkenerei. Ihr habt jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele Aufnahmen gesehen. Das ist ja einfach übelst geil und einfach, oh mein Gott, diese Falken und, alter, dieser Adler, der war so riesig oder die Eule, ey, das war echt übelst geil. Leute, das kann ich echt jedem empfehlen. Das war die Überraschung von meinem Bruder. Ich bin übelst happy, Leute, alter, das war echt ein geiler Tag. Aber das war's noch nicht mit dem Vlog, Leute. Ähm, erstmal ist es übelst und ich weiß gar nicht, ob das zu hell ist, aber ich hoffe nicht. Wie gesagt, was ist mit dem Vlog, Leute? Heute ist noch das WM-Finale. Für mich freue ich das natürlich schon gestern gewesen, aber für mich das heute. Und ich werde vielleicht ein paar Reaktionen von mir reinstellen, ich weiß noch nicht. Und am Ende des Spiels werde ich dann auch natürlich nach eurer Meinung fragen, wie ihr das Spiel fandet. Aber ja, da möchte ich mal sagen, wir sehen uns zu Hause beim WM-Spiel. Okay, Leute, das Spiel ist ja zu Ende. Der Endstand war 4 zu 2. Ähm, wie gesagt, ich war eigentlich für Kroatien, aber egal, naja. Dieses Jahr ist dann Frankreich Weltmeister geworden. Wir sehen dann in vier Jahren, wer der nächste Weltmeister ist. Aber ja, heute war es echt ein anstrengender und ein richtig nicer Tag, Leute. Ich bin schon ein bisschen im Hütter geworden, ich muss noch das Video schneiden. Und ja, aber egal, da möchte ich mal sagen, sehen wir uns morgen zum zweiten Daily Vlog. Bis zum nächsten Mal.